Hallo Leute, heute wieder mal kurz ein Real-Video. Ich zeige euch mal da angekommen meine iPad-Halterung, die ich ja dann fürs iPad verwenden werde. Ich habe ja mittlerweile das iPad Air und der Schwan halt wie auch immer die Befestigung fürs Mikrofon, weil mich das halt megamäßig angekotzt hat. Ja, warum kommt das Video heute? Geht darum, weil ich jetzt nicht mehr bis Montag warten kann. Und zwar ist die Sache die, wir haben ja gerade Poki-Jagd, unser Ziel sind Top 50 Germany, sollte ohne Probleme machbar sein. Jetzt haben wir schon mal die, die wirklich relativ low waren, halt rausgehauen. Alle, die ab Town Hall 9, nicht im unbedingt gemaxten Zustand, aber im guten Zustand, also Helden-Kombo sollte schon so 40 sein, das wäre schon ganz nett. Die dürfen gerne anfragen, im Keep Calm, ich verlinke den, also ich haue den Hashtag vom Clan nochmal in die Beschreibung und dann passt das. Wie gesagt, einfach anfragen, ab wirklich gutem Town Hall 9 und dann schauen wir mal, was für Poki-mäßig so reinkriegen. Weil wie gesagt, Top 50 Germany sollte easy peasy machbar sein. Das war's von mir und dann sehen wir uns wieder am Montag. Und ja, vielleicht ist dann Clash Royale schon im deutschen Gebrauch drin, weil ich will es vorher nicht spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es bringt meiner Meinung nach nichts, wenn ich dann eh wieder neu anfangen müsste. Und außerdem sehe ich das so, wenn, dann macht es ja nur Spaß, wenn man halt mit den Abos zusammen, sage ich jetzt mal, das spielen kann. Beziehungsweise, wenn ihr immer nur zugucken könnt, oh ja, cooles Spiel, cooles Spiel, ein bisschen doof. So sehe ich das. Das war's von mir und ja, ich hoffe, diese kurze Zwischenrufe hat euch gefallen und bewerbt euch, wenn ihr Town Hall 9 seid und gutes Town Hall 9 habt. Haut rein, ciao, ciao.